Die zweite, die ist hier vorne, weiter. Die ist aber an der anderen Seite. Okay. Gut. Jetzt nimm dir die zwei anderen Pumpstationen vor und erhöhe den Druck, bis die Leitung beinahe platzt. Dann kannst du sie aufsprengen. In die Stockade eindringen und rausfinden, wo der Krieger begraben ist. Catch a ride! Hol dir ein Gefährt! Machen wir hier. Hey, Kumpel, ich bin's, Roland. Lass uns ensam Jack killen und dann gehen wir alle Milchshakes trinken. Steigst ein? Nein, war noch gespielt. Er ist immer noch tot. Hab mir beim Gehen sein Echo-Gerät geschnappt. Ich wollte dir nur sagen, deine Freundin Lilith lädt den Kammerschlüssel auf wie eine Eins. Der Krieger wird sehr bald wach sein. Oh. Wo ist die Pumpstation? Die sind gerade vorbeigefahren? Oder war das? Nein, die müsste weiter da drüben sein. Nein, 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 nicht da drüben. Ich meine hier, auf der Seite oben. Ja, 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 na, jetzt, ein bisschen weiter links. Ja, da müssen wir wieder durch. Die sind zu weit, zu weit links. Gehen müssen wir durch der blauen Pfanne? Ach, ich bin geflaggt! Oh, hier ist sie! Oder was? Ja, ich weiß es nicht genau. Wir sind genau davor. Ja, eben. Ja, hier ist sie, hier ist sie. Oh! Die ist runtergefahren. Wollen wir runter springen? Müssen wir ja, ne? Äh... Weißt du, wie tief das ist? Ja, tief, ich weiß. Warte mal. Können wir hier betätigen, irgendwas? Nee. Nee, das war ja da dran. Ach, ich spring runter. Wir müssen ja hier hin. Kannst auch runter springen. Na gut. Kriegen wir hier. In der Höhe her. Oh! Du... 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 Du ... Speicherstation, dann heißt nichts Gutes. Gehst noch tiefer? Bist bereit, ja, ne? Vorsicht! Bist bereit, ja, ne? Säger! 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 Oh, erst mal. Geh doch ein, eins, dich um. Ja. Schieß drauf, oder? Ja. Ja, und die andere hatte ich nur umgelegt jetzt. Ja, ich kann nicht. Jetzt ist niemand mehr da. Braucht da immer noch einer? Nein, ja, den. Den, auf den ich geschossen habe, der noch ein anderer umgeht. Das warst du. Ja. Ist keiner mehr da, kannst du wieder herkommen. 8.700. Kannst wieder herkommen, ist keiner mehr da. Ja. Und doch, kommen wieder welche. Huuu. Rückzug, so. Ist schon wieder da vorne? Na ja. Noch ein bisschen da vorne. Verstehe ich gerade nicht. Das war ja so, als wenn ich hier gespawnt wäre, ne? Oh. Laufen, 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 laufen. Oh, jetzt hat sie mich erwischt. Oh, jetzt hat sie mich erwischt. Oh, ich bleib mir hier bei dir in der Ecke. Ich hast mich wieder beliebt. Hm. Jetzt hat sie mich erwischt. Ah, kacke, 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 kacke. Warte, warte. Hä, hä, hä. Hä, hä. Hä, hä. Mensch, der ist erwischt, Herr Klöck. Ich nicht, Gott. Gott. Ist gewählt jetzt. Ja, 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 ja. Warten geht nicht, Olaf, das ist. Ja, na gut, ich musste ja schießen. Ich konnte nicht beleben. Ja, ich weiß nicht. Och, 637, das geht aber noch. So, warum standst du hier vorne? Bist du so glücklich durchgelaufen? Ja. Warum? Was mach ich hinter den Kolossen? Wenn sie tot sind. Oh, zurück. Genau. Kannst du auch mal einen Geschütz hinstellen, wenn du hast. Hab ich. Halt er. Halt er. Halt er. Oh, er hat er. catastrophe. Hey, den Weg ist für Sie. Was? Welche waren Sie? Ja, ja, ja. So, hab ich. Hast alle bei dir liegen? Jetzt. Ah Gott. Und noch eine, okay. Ja. Ich bin kein Dorn, nicht? Hey. Hey! Ah. Ah, mit der Lied Wir müssen doch sowieso wieder raus Ja Na ja, siehst du Sehr schön Ah, sind die P-Punkte, weißt du? Ja, siehst du Ja, siehst du Ja, siehst du Ja, siehst du Ja, aber siehst du Ja, siehst du Okay Oh, okay So Und eigentlich in Ruhe noch Kisten auch mal, dann kommen Dinge an Okay, okay Jetzt kann wieder Für die dritte Pumpstation Die muss ja hier auch sein, oder? Keine Ahnung, wo die ist Keine Ahnung, wo die ist Da drüben Also die müssen jetzt hier raus, irgendwie Irgendwie, so wie wir reinkommen sind Dann wollte ich auch nochmal rauschen Ja, 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 ja Jajaja, uaaahhh Hallo Nimm mal Munition mit, wenn du hast, wenn du brauchst Auch nicht, denn voll Ist voll? Ja Oh Gott Sollten wir eigentlich wieder hochfahren müssen, ne? Ja Na wohl und heimlich, er Weitere und zunächst, ne? Und du, steht noch hier, dahinten müssen wir zur nächsten Du 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 duuuuuuut Hahahaha So, bis ich weiter So So. Halt mal. Ah. Großweil. Können wir gar nicht. Oh. Ganz da rüber kommen wir nicht. Schade. Ich dachte wir könnten da rüber springen. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. So. So. Hier. Vorsicht da hinten. Olaf vor uns. Genau voraus. Genau voraus Olaf. Was ist da? Da ist einer rausgekommen. Ah da, da. Die sind ja unsichtbar. Ja, ja, ja. Kröbel. Entschuldigung. Aber die sind ja voll. Ah, da hinten ist noch einer. Da kommt noch eine. Da kommt noch eine. Auto, das geht gleich. Na gut, du willst dich raus? Ja, Mission Gear. Ja. Ja! Danke, Papa! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir haben keine Schilde verloren! Kommt's klar? Naja, ich versuch's gerade Von hinter die hab ich ja nicht mehr gemacht Ja, ich hab keinen Gegner mehr, das ist das Problem Na, dort Ah, jetzt wird gespott, war gerade bei dir Gerade haben wir Luft Ach, hier die Rockte noch so'n kleiner Ruppe noch an So wird die 10 nehmen Der hat schluss Flach gelegen Oh, das ist das Oh, das ist das Oh, das ist das Oh, das ist das Oh, das wird noch Oh, das ist das Oh, das wird noch WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Oh mein Gott. Scheiße, ich hab keine Ding mehr. Nein. Was? Keine mehr. Keinen Gegner mehr, den ich sehe. Ist dran? Nein. Ich hab hier noch genug gekraben, aber jetzt muss ich hier kommen. Du bist noch da, die bist gespawnt, ne? Nein.